Servus Leute, wir sind wieder zurück bei DC. Ja, der ein oder andere wird sich jetzt wundern, wieso oder wo wir da jetzt sind. Zuerst einmal, der Guten ist natürlich auch wieder mit dabei, so wie immer. Ja, ich laufe gerade auf dich zu und könnte mich erschießen. Ja, dann mach es doch. Nein, mach es nicht. Ja, wir sind hier beim Hochspannungs-Umspannungswerk. Nein, wir haben drei Barts aufgenommen gehabt, wo wir eigentlich die Hochaussiedlung abgearbeitet gehabt haben. Und auch geniale Szenen. Ich habe einen, weiß nicht, das ist sicher so zwei Kilometer Schuss gemacht. Oder, weiß nicht, zumindest 1500 Meter. Und einen Zorn wieder schossen auf die Distanz. Wir werden das nochmal probieren alles jetzt in der Aufnahmesession. Und ja, schade, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil durch den Grafikkartentreiber-Update hat mir mein Aufnahmeprogramm, die Soundkarte, sozusagen anders anerkannt. Und den hat man nachher über den HDMI aufgenommen, obwohl ich dort nichts rausschicke. Und das war das Problem eigentlich, das Ganze. Und deswegen habe ich die Barts einfach genommen und wegschmissen, weil ich wollte nicht irgendwas damit machen, das wäre unnötig gewesen. Ja, nach so einem Kondisieren, das weiß ich nicht. Ja, dann nehme ich es lieber auf. Und da probieren wir das. Es war war zwar der geil Schuss, wir haben einen Schuss-Test gemacht nach Cerno hinein. Wir sind da jetzt in der Hochersiedlung der Oberpolota, kurz vor Cerno. Wie heißt die Hochersiedlung? Na, da... Irgendwas mit Scherm am Anfang, glaube ich auch. Hier ist eben ein Schild, kannst du ja lesen. Ja. Ich habe sie gelesen, da vorne war ja auch eins. So ein geiler Schuss war, dass ich war das noch so ewig. Ich zeige euch das jetzt nachher, wenn man dort... Machen wir gleich den Schuss-Test? Ich würde ja sagen, dass wir erst in die Polizei... Okay, dann gehen wir halt... Das bedeutet, wir machen mit Waffen, oder? Würde ich fast vorschlagen. Ja, ja, ich habe die Erfindung in der Hand. Ich habe noch die 1911. Ah nein, meine 1911 ist ja... Oder hast du noch die letzte Mal? Ja, diesmal ja du geben. Stimmt. Meine 1911 ist mir weint geworden, weil mich ein Zombie angegriffen hat. Glaube zumindest, das war wegen dem. Ja, lauter Scheiße. Es hat ein kleines Update gegeben, aber nur angeblich nur Security. und Performance, und nichts Performance, sondern nur irgendwas Sicherheit und das Lack-System. Security heißt was? Security, Sicherheit. Ja, aber meinst du gegen Hacker, oder? Gegen Hacker, ja. So irgendwas habe ich mit. Und gegen das, äh, gegen das, äh, gegen Hacker und gegen das, äh, zurückbohrten. Was es teilweise gibt. Oder gehen wir erst zur Schule, können wir auch machen. Nein, mir ist es gleich, halt. Ich habe keinen Plan, wo wir da jetzt immer genau wo gehen müssen. Die Polizei ist hier links runter und dann wieder links. Und, ja, ich hoffe, dass wir noch einmal den Schubs machen können, dass ich da noch einmal treffe. Da hinten stehen welche, da konntest du ja noch einmal hinballern. Die 1-Zummen, die. Ja, das ist gerade die Stanz. Jetzt sind ja nur 300 Meter. Ja, da treffe ich ja hundertprozentig. Jetzt war ja das wirklich, ich zeige euch das nachher, wenn wir auf dem Dach sind, oh, jetzt fängt es ins Regen an. Ja, passiert. Ich hoffe, wir finden das gleiche, oh, ja, das gleiche Hochhäuser, das müsste ich noch wissen, welches es war. Ja, da war eh schon schon mal vorgelaufen. Und da gibt es einen Bug jetzt, da in dem Haus, da kann man in die Garage rein und dann durchschauen. Und oben kann man sich durchrollen, was soll ich zumachen? Ja, würde ich sagen. Durchrollen kann man sich durch die Band auch durchrollen, oben im Zwerten. Hey, da ist ein Erste-Hilfe-Beck, du wolltest eins haben. Ja, stimmt, wir wollten ja mal ein bisschen Verband sammeln. Verbandzeug brauchen wir noch. Halt nimm das du mal, weil ich hab eh noch eineinhalb Rollen. Ja, Entschuldigung, vorsehentlich Bugs aufgesammelt, die bräuchte ich ja eh nicht. Ach, da ist noch ein bisschen Essen. Ja, das hab ich schon genommen jetzt. Hast du da drüben was? Eigentlich nichts, oder? Oh ja, es liegt Munition noch am... Da liegt's. Oh ja, 0-0 Bugs? Hast du da genommen, klar? Ja, das sind, äh, weißt du eh, ne? Ganze Spukrohr. Okay. Ist das nicht einer, das sind die Grünen, wer schaut keine Muni. Aber die heißen auch 0-0 Rounds, oder so irgendwie. So, und hier, angeblich, bei der Mauer da. Das andere sind Bugs, Gauks. Wenn man sich da nachher hinlegt, und dann irgendwie von der Stelle im Crouching verfahren, kommt man da irgendwie durch die Wand durchgepackt. Wollte das jetzt noch kurz ausprobieren, ob das irgendwie geht, ob ich das schaffe. Na, ich glaub, das musst du einfach wissen, wo die Position ist. Irgendwie durchrollen, aber ich glaub, das krieg ich nicht hin. Ja, hier, irgendwo hier. Nein, ne. Und ich glaub, aber durchrollen, hat der gesagt. Ja. Ah, ist wurscht, lass mir das. Schaut einfach ne Scheiße aus. Ja, sterben war das Rennen noch. Ja, weil wir nicht mehr rauskommen. Ja. Du hast den blauen Rucksack gesehen gehabt? Ja, ja, aber der ist stärker beschädigt als meiner. Unten musst du noch das Erste-Hilfe-Becken nehmen. Ja. Der sauft da herinnen schon wieder. Ich gehe raus, okay. Ja, ja, eben in der Pipsi. So, wir wollen nachher noch, wo haben wir gesagt? Schule, oder? Ein Ging noch. Äh, Schule, Krankenhäuser. Ach ja, ich wollte ja noch Sunnypack mitnehmen. Krankenhäuser, müssen wir jetzt schauen, ob wir die überhaupt... Ja, können wir auch kurz gehen. Ja, will ich jetzt nicht so komplett durch... sondern nur halt überfliegen. Aber den Schuss, den will ich... Ich will ihn wirklich probieren. Ich schätze, dass die Thomas ja immer auf der gleichen Position sie misspawnen. Ja, gerade wenn es neu losgeht. Das ja, er hat jetzt auch gerade einen Restart bekommen. So wie man das kurz... Der hat gerade... Er war nicht in der Liste drinnen, wo wir angefangen haben. Was magst du da drinnen? An der Batterie lecken. Ich kann da auch Batterie lecken, wenn ich da einen Schuss in den Kopf gebe. Dann leckst du auch an der Batterie. Dann hast du ungefähr das gleiche verhalten. Ja, muss alles gemacht. Was magst du jetzt wirklich? Na, mich interessiert das gerade hier mit meiner Waffe. Irgendwie... Durch die Batterie alle, aber ich weiß nicht, wie ich die anmachen soll. Rechte Maus, dass du drauf auf das... Auf das Ding und dann Activate vielleicht. So wie beim Zweibein. Turn on. Ja. Vielleicht eine gute Idee. Geil. Kannst du aber auch, wenn es gezogen ist, nochmal so machen. Mit dem Mausrad, schätze ich. Zumindest ist es mit der Flashlight zugangen. Ja, aber mit der geht es nicht. Wo bist du jetzt hin? Bist du hier noch? Wahrscheinlich beim Mausrad, der ja schon nachladen ist und so. Wir müssen hier drauf, oder? Richtig schönen Sonnenuntergang hier, ja, hier und... Na, Sonnenaufgang. Ist, weil wir am 8 Uhr in der Früh. Ja. Schon fast wie in LLS. Morgens und abends ist es am schönsten. So. Boah, wieso habe ich denn, wieso ist der Sonntag dahin von den drei Barts? Das fackt mich so an. War so ein schöner Schuss. War so ein geiler Schuss. Eigentlich nur, eigentlich geht es mir nur um den einen Schuss. Umsonst geht es mir eigentlich eh nichts. Weil sonst war eigentlich eh nur, ja, ein bisschen herumlaufen, so wie immer halt. Aber der Schuss, der war einfach so mega geil. Ich gehe gleich rauf. Ja, mach das. Vielleicht findest du ja eine gute Waffe. Oh, 1911er. Plus 9mm bei uns. Willst du aufs Dach? Nein. Wird nix sein. Jetzt gehst du aufs Dach. Habe ich eigentlich... Ja. Schreit das? Weißt du, das auch? Was ist da? Das hat irgendwie, wie wenn es ein Schreiner... Aber wenn irgendwas geschrien hätte. Oder habe ich mir das nur einbildet? Irgendwas war da gerade. Ja, irgendwas war. Hast du ein Epi-Pen mit? Ne. Dann nimmst du den Epi-Pen vielleicht auch noch mit. Äh, kannst du mir den erstmal mitnehmen, dann kannst du mir den später geben. Weil ich hab zwar einen mit, weil... Aber weißt du, wenn einer von uns... Nachher mit dem Boden liegen oder sonst irgendwas... Dass man nachher nicht zugreifen kann auf den Rucksack oder sonst irgendwie... Wenn man sich einen Epi-Pen jeder zumindest einen mit hat... Muss ich wieder aufwecken können. Brauchst du einen schwarzen Spray? Nö. Du gehst das gerade auf den Leiter, oder? Ja, ich bin gerade wieder runter. Und hör dich bis in den Stock hinunter. Boah, nö. Das war's, ja. Auf dem Dach war jetzt nicht wirklich was. Ein bisschen Munition. Ich hab da schon ganz oft eine SKS oder eine Mosina-Double-Weifel. Die drei Waffen finde ich da ganz oft. Waspelschläger und Munition. Aber das ist... Die 357er ist für die... Ähm... Magnum. Von Wolfer. Ja. Ja. So, schauen wir nach das Krankenhaus durch, würde ich sagen. Da ist noch ein Epi-Pen, aber jetzt... Mehr als einen brauchen wir ja nicht jeder. Das machen wir nachher oben am Dach. Was ist denn, Epi-Pen? Ja, kann ich auch gleich mitnehmen. Ja, ich hab aber einen, äh... Pristine halt. Du kannst den nachher auch nehmen von mir. Ich hab jetzt zwei Stück nämlich. Und zwei Stück brauchen. Der war bei Adly Damaged. Ja. Keine Ahnung, ob das irgendwas... Ob das irgendwie schlimm ist oder nicht, aber... Bei Medikamentenzeug. Das ist jetzt noch nie so ein Problem mitgehabt. Bei Medikamentenzeug. Der dich halt auch. Bist du gerade rauf, oder? Ja. Schaust du eh immer unterhalb der Hintergestiege auch in das Regal? Okay. Da war nix. Ja, dann bleib ich aber gleiche Runden, oder? Dann bleib ich gleiche Runden, oder? Obwohl, ne, das Morphin... Äh, auch so. Ja, ich hab Morphin und Epi-Pen. Ich hab beides mit. Jeweils einmal. Geht das auch in die Sanitasche? Das geht auch in die Sanitasche, genau. Okay. Äh... Ich hab... Ich hab gesagt, ich bleib gleich hier draußen. Ja. Ich hab gedacht, wir treffen uns nachher gleich da herunten und gehen dann in Richtung Hochhaus. Boah, wo wir da nicht raufkommen sind, über die Stiege. Das zeigen wir euch auch nachher gleich. Da gibt's nämlich einen kleinen Trick, dass man da raufkommt. Den hab ich auch nur durch Zufall gefunden. Oh, mein Gott. Und das eine Mal hab ich... Ich glaub, am Anfang hab ich dich einfach angeschoben. Ja. Das kann auch sein, beziehungsweise... Ich hab da irgendwie rumgedrückt, es kann auch sein, dass die einfach gemügt hochgelaufen sind. Zombie, komm, warte, schieß. Na, okay, komm. Na, daneben. Ähm... Boah, ich bin zu einfach zu dumm jetzt grad dazu. War's laut, hast du's gehört? Ja. Bist du schon herunten, oder? Gerade auf dem Weg. Kommst du über die Leiter, oder? Überstiegenhaus? Nee. Stiegen. Komm dann gleich links raus, auf die Straße. Ich warte bei den Mieskürbeln. Ganz vorsichtig. Vielleicht kommt ja einer. Da kommt einer, da kommt einer, ich schieß. Der zum Plan Helm auf. Nein, Spaß. Ja, UN, da darfst du nicht drauf schießen. Ah, ja, stimmt. Hast du da drauf geballert, er hätte Krach gegeben. Wißt du wahnsinnig? Ich glaub, da gibt's Weltkrieg, wenn ein UN-Soldat erschossen wird. Nein, das ist standardmäßig. Auf jeden Fall. Das ist Standard. Ja, aber wirklich in echt. Ja. Wenn das auch teilweise was den UN-Soldaten alles passiert. Wir gehen hier gleich auf das links, ne? Ich weiß nicht, war's das hier? Nee, war noch ein zweiter, meine ich. Das ganze Außen war's? Ja. Ganz außen und ganz oben. Ja, also das hier. Ja, das war's. Genau, ja. Da waren wir. Da ganz oben. War so geil. Ich hoffe, ich schaff den Schuss wieder. Oder ich hoffe, dass ein Zombie sinnvoll steht. So, zuerst einmal. Bist du schon auf der Leite? Jetzt schon, ja. Ich pack mich ja immer durch. Durch die... Ich hör ja gerade Zombie-Schreie. Ja, der ist unten reingelaufen. So. Ah, du bist auch schon da. Warte. Hier muss man auch ein bisschen die Füße stillhalten. Ein bisschen gucken, dass man sich nicht vertrampelt. So, hier hinauf, hier hinauf, hier hinauf, hier hinauf. Das ganze Haus, wenn wir jetzt mal nicht durchschauen, das ist, glaube ich, nicht sehr. Und jetzt gibt's... Na, das haben wir auch letztens dann nicht dann... Wir packen vier Parts beschäftigt. Das ist so uninteressant, weil auch nie was Sinnvolles da ist. Und so, und jetzt kommen wir, glaube ich, nachher im nächsten Stock. Ein bisschen Anfängerzeug. Im nächsten Stock müsste es gleich sein. Oder nein, noch ein Stock. Du lachst bei mir unten gerade gegen die Wand. Na, ich bin schon... Jetzt, ich bin schon bei den Steinen. So, und bei den Steinen, wir haben einfach nicht gewusst, wie wir da drüber kommen. Ganz einfach, niedergehen. Mit X. Und das war wohl nix. Ja, sicher, ich bin schon oben. So, hier ist die Leiter nachher im Schacht wieder. Und dann geht's ganz hinauf aufs Dach. Äh, ich kann da gerade nur entstehen, drüber. Ich bin jetzt mit... Nein, mit Stehen bin ich angelaufen. Wieder einmal. So, und hier haben wir den geilsten Ausblick auf Giano. Den man so haben kann. Den man so haben kann. Und im nächsten Bad versuchen wir wieder so einen Long Range Shoes. Und da zeige ich euch auch, wo ich den letzten getroffen habe. Ciao, Leute. Bis morgen. Ciao. Ciao.